Am Samstag FASA. FASA ist ein schwieriger Gegner. Man kann das nicht unterschätzen, obwohl sie in der Tabelle nicht so weit vorne sind. Aber wir haben oben in FASA auch nur kämpfen müssen bis zum Schluss, um das Ergebnis nach Hause zu fahren. Ich hoffe, dass wir voll konzentriert sind und mit vollem Elan im Spiel gehen und das Spiel gut zu Ende spielen. Wenn wir wenig Fehler machen oder diese Fehler vermeiden, dann können wir Erfolg haben.